Der zweite Traum klärte viele Fragen, warf aber auch einige neue auf. Darunter, was ein Warframe eigentlich ist und ob sie vielleicht sogar einen eigenen Willen besitzen. Dieses Video enthält Spoiler zum zweiten Traum, wer die Quest noch nicht gespielt hat, sollte das daher tun oder sich ein Video anschauen. Für alle anderen schauen wir uns jetzt an, was wir haben. Am Schluss der Quest erreicht unser Tenno, getragen von seinem Warframe, sein Schiff, wo vom Stalker erwartet wird. Im Laufe des folgenden Kampfes wird der Tenno vom Warframe getrennt, welchen er bisher über direkten Körperkontakt steuerte. Der Warframe fällt wie eine Marionette zu Boden und wird von Stalker mit dem Großschwert War erstochen. Als der Stalker versucht, den Tenno zu töten, packt der Warframe das Schwert, das in ihm steckt und zerbricht es, was Stalker zum Rückzug zwingt. Jetzt gibt es mehrere Theorien, wie und warum der Warframe zu dieser Handlung fähig war. Es könnte ein Sicherheitsprotokoll gewesen sein, sowas wie, wenn Schwert in deinem Körper, dann Schwert packen und auseinanderreißen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Tenno, bewusst oder unbewusst, aufgrund seiner Todesangst den Warframe dazu veranlassen konnte, das Schwert zu zerstören. Zwar scheinen die Tenno die Warframes nur über Körperkontakt oder eine somatische Verbindung steuern zu können, es ist aber nicht undenkbar, dass es immer zumindest eine latente Verbindung zwischen Tenno und Warframe besteht, die durch entsprechende Technologien nur verstärkt wird. Zumindest dann, wenn zwischen Tenno und Warframe früher einmal eine somatische Verbindung bestand, wie hier gegeben. Wenn die Warframes wirklich intelligent sind, müsste der Tenno nicht einmal einen konkreten Befehl geben, ein einfaches Tu-etwas würde reichen, damit der Warframe erwacht und durch Analyse der Situation erkennt, dass War-Hun-Hau enthält. Selbst wenn er nicht zu diesem Stoß gekommen wäre, hätte der Warframe das Schwert wohl trotzdem zerstört, einfach weil man mit einem großen Schwert in der Brust nicht wirklich kämpfen kann. Dazu würde es reichen, wenn der Warframe grundlegende Instinkte besitzt, die vom Tenno überschrieben werden. Es besteht eigentlich kein Zweifel, dass die Warframes zumindest lebende Komponenten besitzen. Sie können bluten, sich zumindest durch Aura-Mods vollständig regenerieren und werden bei langanhaltendem Sauerstoffentzug schwächer oder schalten je nach Situation vollständig ab, was aber wahrscheinlich eine Notabschaltung ist, um den endgültigen Tod des Warframes zu verhindern. Viele gehen davon aus, dass die Warframes aus einer weiterentwickelten Form der Infestation entstanden sind. Die Infested, darunter Lephantis und Phoryt, bezeichnen die Warframes als ihr Fleisch und verstehen nicht, wieso wir sie bekämpfen. Dies würde auch erklären, wie Eladvi den Mesa-Warframe in der Percent-Null-Quest steuern konnte, wobei er das Wissen dazu durchaus auch aus seinen Experimenten für das Sanuka-Projekt haben könnte. Wem die Infested als Quelle nicht reichen, kann ein Rhino-Prime-Kodex-Eintrag hinzuziehen. In ihm wird beschrieben, wie zwei Wissenschaftler von einem Wesen verfolgt werden. Dieses verwendet Fähigkeiten, die mit Rhino assoziiert werden. Lange Zeit ging man davon aus, dass es sich um einen Tenno ohne Warframe handelt, aber jetzt glaube ich, es ist ein Warframe ohne Tenno. Die Person, aus dessen Sicht der Kodex-Eintrag geschrieben ist, sagt über die Kreatur, ich habe unzählige WS geschaffen und dann verworfen. Da die Person offenbar nicht über das Schicksal der Serumant Ten Zero und seiner Passagiere informiert wurde, ergibt dieser Satz nur Sinn, wenn wir vom Warframe und nicht von einem Tenno sprechen. Es wird außerdem beschrieben, wie die Kreatur beginnt, einige Leichenteile zu essen. Unsere Tenno sehen nicht aus, als hätten die kannibalistische Tendenzen, aber die Infested sind dafür bekannt, ihre Opfer zu konsumieren. Generell scheint die Kreatur instinktgesteuert zu sein. Sie wütet durch die Labore, bis sie eine Leichenhalle erreicht. Dort beendet sie abrupt ihren Amoklauf und scheint sich darüber bewusst zu werden, was sie den Wachen unterwegs angetan hat. Irgendwie scheint die Kreatur versucht zu haben, den Tenno zu helfen, ohne dabei von allem gesteuert zu werden. Im Eintrag wird von einem genetischen Gedächtnis gesprochen, welches die Infested durchaus haben könnten, da sie auch die Erinnerungen ihrer Opfer assimilieren, zumindest von Lebenden. Wenn an dieser Kreatur oder dessen Vorgängern die Transferenz getestet wurde, könnte sie von der Situation der Tenno gewusst haben. Dies deutet darauf hin, dass ein Warframe durchaus zu rationalem Denken und Handeln fähig ist, wenn sein Wille nicht von einem Tenno überschrieben wird. Infested zu kontrollieren ist in jedem Fall möglich. Der Neural Sentry in den Void-Turmen tut das die ganze Zeit. Es ist anzunehmen, dass die Transferenz und der Sentry auf ähnlicher Technologie basieren oder die Transferenz auf dem Sentry aufbaut. Hinzu kommen einige Kommentare unserer Tenno, die den Warframe auffordern, wieder aufzustehen, wenn man wiederbelebt wird. Ob den Tenno wirklich bewusst ist, dass die Warframes empfindungsfähig sein könnten, ist aber nicht klar. Immerhin reden manche Menschen auch mit Geräten, die nicht richtig funktionieren. Außerdem können wir, wenn wir zur linken Tür des Orbiter-Areals gehen, Geräusche hören, die eindeutig infested zuzuordnen sind. Seit einigen Updates sehen wir dort auch Zeichen der Infestation auf dem Boden und an den Wänden. Vielleicht werden dort Warframes gelagert, die derzeit nicht von einem Tenno gesteuert werden. Das ist aber reine Spekulation. Ich hoffe, dass eine der nächsten großen Quests die Warframes genauer erforscht. Ich denke nicht, dass sich die Warframes gegen uns wenden werden, da dann das Spiel nicht mehr funktionieren würde, aber vielleicht käme dann eine richtige Symbiose zwischen Warframe und Tenno zustande. Eine Fraktion aus uns feindlich gesonnenen Warframes wäre ebenfalls möglich, obwohl wir das auf eine Art schon mit dem Shadow Debt Event hatten. Was meint ihr dazu? Schreibt eure Meinung sowie Vorschläge für weitere Themen in die Kommentare.